Musik 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 Er will mit mir auf den Schulball gehen. Was für ein Affe. Aber ein gutaussehender Affe. Ich weiß, Freundschaften zwischen dem Mädchen und dem Jungen können kompliziert sein, aber... Meine echten Brüste oder Push-up? Willst du tanzen oder willst du eher... Musik 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 Mixer Alex, wo bist du? Ich bin auf dem Weg nach draußen. Nein, warte. Du musst mir helfen, mir ist was passiert. Können wir lass uns da später bequatschen? Es ist was passiert mit dem Ding von Greg. Dann musst du jetzt aber klar und deutlich sagen, was bei dir los ist. Das Kondom ist in meiner Vagina verschwunden und ich hab's gesucht, aber nicht gefunden. Das war ein bisschen zu klar und deutlich. Ich hab Neuigkeiten. Hab ich auch. Stipendium für Harvard. Aber du kommst doch auch mit, oder? Was gibt's bei dir? Wär besser, du bringst dich gleich um. Pillen kann ich dir besorgen. Du meldest dich, ja? Wir werden heiraten. Herzlichen Glückwunsch. Rosie, du hast gesagt, ich soll ihn besuchen. Es wäre nicht passiert, wenn du nicht gewesen wärst. Danke. Es tut so gut, dich als Freundin zu haben. Weil in meinem Leben was aus der Spur gerät, schaue ich nur dich an und schon sehe ich alles aus einer ganz anderen Perspektive. Es war keine gewöhnliche Freundschaft. Wir waren untrennbar. Und wurden doch ständig voneinander getrennt. Mir ist jetzt klar geworden. Völlig egal, wo du bist. Und mit wem. Ich werde dich immer. Aufrichtig. Bedienungslos. Lieben Alex. Das ist ganz viel zu sexy aus, Scheiße. Komm schon.